Vier Minuten später, einer der Marke Palko Dardai macht auf sich aufmerksam. Mohamed Kiprit, großes Sturmtalent, sehenswert mit dem 3 zu 1. Ebenfalls A-Jugend, deutscher Meister und mit 23 Toren in 26 Spielen. Maßgeblich dafür verantwortlich, dass die kleine Schale nun für ein Jahr an die Hauptstadt geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.